Hallo, heute will ich euch näher bringen, wie man Battlefield spielt oder vielleicht auch eher nicht spielt. Wichtig ist natürlich zum einen die Herangehensweise. Dieser junge Mann ist vielleicht nicht in der richtigen Laune, um zu spielen. Vor einer Stunde habe ich den Kindern noch Essen gemacht. Dann kriege ich diesen Anruf und jetzt drückt man mir diese Waffe in die Hand. Wichtig sind Mapkenntnisse, also ganz einfach viel Spielen, dass man sich am Anfang richtig beeilt. Es gibt ein Gerangel um die Fahrzeuge. Und anschließend hat jeder irgendeinen Ort, wo er drängend hin muss, sodass sich alle immer über die Füße fahren. Auch ganz wichtig, immer die Augen aufhalten. Ich zeige euch im Folgenden mal einige echte Überseher von mir, damit ihr seht, wie es nicht geht. Anscheinend ist nördlich deiner Stellung ein feindlicher Pantherjäger. Westlich deiner Position ist ein feindlicher Helikopter. Und dann ist es so dumm. Was ist das? Oh mein Gott! Trickreich! Schau wieder! Alpha zu! Alpha ist verloren! Oh mein Gott zu! Der Gunniball, der schießt die ganze Zeit da hinten aus dem Be- Jaaach! Okay, ich hoffe, dass euch der kleine Abriss ein bisschen Spaß gemacht hat und bleibt locker. Ciao! Bis zum nächsten Mal!